Wir schaffen mit StadtteilbewohnerInnen, Initiativen und KünstlerInnen neue Begegnungs- und Ideenräume, die Vereinsamung und Vereinzelung entgegenwirkt. Wir begreifen die Corona-Pandemie als Herausforderung, neue kreative und mobile Formate zu entwickeln, um möglichst viele Menschen im Stadtteil zu erreichen. Wir leben ein neues Modell für das Zusammenleben im Stadtteil, in einer großen gemeinsamen Wir-Werkschaft. Wir haben innovativ und spontan auf die Corona-Krise reagiert. Mit rund 25 PartnerInnen arbeiten wir momentan zusammen. Trotz Kontaktbeschränkungen könnten wir neue und auch marginalisierte Zielgruppen erreichen. Unter anderem Personen aus der ArbeiterInnen-Klasse, Geflüchtete, ältere Menschen, Studierende, Familien und KünstlerInnen aus dem Stadtteil. Es treffen Menschen aufeinander, die sich vorher nicht kannten und die sich zu Corona zurückgezogen hatten. Eines unserer Highlights 2021 war das mobile Festivalformat CityFlow, bei dem wir 1500 Personen erreichen konnten. Eine mobile Bühne auf dem Wasser, eine transkulturelle Fahrradtour oder ein Magazin mit kreativen Tipps zur Krisenbewältigung. Wir entwickeln Ideen gemeinsam mit den Menschen um uns herum. Unsere Angebote sind partizipativ und mehrsprachig eingebaut. Mit neuen Mitteln schaffen wir die Sichtbarkeit für die Diversität des Stadtteils. Für MigrantInnen-Selforganisationen, Stadtteilinitiativen und die persönlichen Geschichten der NachbarInnen. Und das Multimedial im öffentlichen Raum, in Form von Druckprodukten oder auch digital. Auch bei der Arbeit leben wir eine neue Form der Partizipation. Auszubildende, PraktikantInnen, TechnikerInnen und KoordinatorInnen entwickeln zusammen und auch Augenhöhe Ideen. Als ModeratorInnen, AutorInnen oder FilmemacherInnen werden Sie auch selbst in der Öffentlichkeit digital. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2022